Ja, sprechen wir über den WaboN Vergütungsplan. Wie kannst du deinen Verdienst steigern und welchen Fehler solltest du auf keinen Fall machen? Den derzeit sehr, sehr viele machen im Network Marketing. Ich möchte dich aufklären. Ja, ich komme aus dem Network Marketing in 30 Tagen, 110 Partner nur mit Facebook, wie das geht, erfährst du unten im Gratiskurs. WaboN, ja, ein österreichisches Unternehmen, ich komme selbst auch aus Österreich. Wie kannst du dort den Verdienst steigern, indem du auf WhatsApp-Partys und Messen verzichtest? Es gibt hier viele, viele Gründe. Erstens einmal ist es schon ein bisschen ausgelutscht, sage ich mal, aber der Hauptpunkt sind die Regeln, die Spielregeln, die AGBs von WhatsApp. Und hier lesen wir ganz klar, dass du dein WhatsApp-Konto nicht für kommerzielle Zwecke verwenden darfst. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine WhatsApp-Party für WaboN machst, eine WhatsApp-Messe und ein einziger Teilnehmer in dieser Party, in dieser Messe meldet dich, ist dein WhatsApp-Konto für immer blockiert. Das geht sehr, sehr schnell. Innerhalb von 48 Stunden bearbeitet es ein Mensch, ein Mitarbeiter von WhatsApp und du wirst für immer blockiert. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wie kann man besser arbeiten, indem du nicht in die Akquise gehst, indem du nicht Verkäuferin bist oder Verkäufer bei WaboN, sondern eine Google-Funktion nutzt? Das heißt, jetzt in dem Moment suchen Menschen nach Nahrungsergänzungsmitteln, die du ja bei WaboN hast. Sie gehen nicht auf Facebook, sondern sie gehen auf Google. Und wenn man auf Google etwas eingibt, kann man und kann dein Facebook-Konto gefunden werden. Aber nur, wenn du in den Facebook-Einstellungen diese neue Google-Funktion aktiviert hast. Wie das genau geht, zeige ich dir unterhalb in meinem Gratiskurs. Viel Erfolg bei WaboN. Rock it. Bye bye. Ciao, ciao.